Also das ist jetzt das andere Zimmer, hier oben, tropft es von diesem Fleck runter und zwar gleich an mehreren Stellen, da oben ist ein neuer Fleck dazugekommen, da wird es wahrscheinlich demnächst auch runter tropfen und der andere ist hier oben direkt über dem Bett. Hier müssen wir jetzt wieder Wasser auffangen und auf der anderen Seite hat es auch angefangen zu tropfen und zwar hier über dem Schreibtisch. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.